In diesem Video beschäftigen wir uns damit, wie du dir mit Hilfe von Zeichnen deine Kreativität wieder zurückholen kannst. Und zwar ist Kreativität die treibende Kraft bei der Schaffung von Innovationen in der Kunst und auch in der Wissenschaft. Doch unser heutiges Schulsystem, dessen Kern eigentlich noch aus den Zeiten der Industrialisierung stammte, kämpft eigentlich nahezu darum, die Kreativität des Einzelnen einzudämmen. Und hier zeige ich dir, wie du deine Kreativität, die du vielleicht durch das Schulsystem verloren hast, auf die schnellste Art zurückerlangen kannst. Wir Menschen sind von Natur aus kreativ. Der berühmte Künstler Pablo Picasso hat es in seinem Zitat schon sehr gut dargestellt. Er hat nämlich gesagt, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu bleiben, wenn du erwachsen bist. Wir sind von Natur aus kreativ und wir sind stets neugierig und auf der Suche nach Neuem. Es gehört aber auch schon eine Menge Mut dazu, um durch das ganze Leben hindurch auch kreativ zu bleiben. Denn das bedeutet auch, sich vielen veralteten Meinungen in den Weg zu stellen und diese auch einfach zu überwinden. Auch bedeutet es, Dinge in ihrem Kern zu hinterfragen und neue Ideen zu verwirklichen und das, obwohl die konservative Welt um uns herum uns davon überzeugen will, dass diese einfach nicht funktionieren werden. Hier geht es also nicht nur darum, deine Kreativität wieder zu erlangen, sondern auch deinen Mut zu stärken, deine Kreativität auch auszuleben. Und ich gehe jetzt erstmal auf das Problem ein, was wir eigentlich alle haben. Und zwar waren wir alle in der Schule und die Schule lässt unser Ideenreichtum einfach sterben. Denn wenn wir unsere Kinder entscheiden lassen würden, welche Schulfächer in ihrem Stundenplan stehen sollten, sähe der Schulalltag vermutlich ziemlich anders aus. Man kann es auch einfach nicht anders sagen. Unser Schulsystem ist einfach überholt. Das heutige Schulsystem stammt nämlich aus einer vergangenen Zeit, in der man sich der Macht der Kreativität noch nicht bewusst war. Alle Schulsysteme stammen noch aus der Zeit der Industrialisierung. Deshalb wurden Dinge gefördert, die in einer wachsenden Industriegesellschaft von Bedeutung sind. Doch die aktuelle Arbeitsrealität und die hier herrschenden Werte verändern sich zunehmend und haben mit Sicherheit nichts mehr mit denen aus dem 19. Jahrhundert zu tun. Da waren Spezialisten noch gefragter als Querdenker. Man könnte nur ahnen, dass bald die Computer viele Aufgaben von Fachkräften erledigen würden. Klar, Fachkenntnisse sind heutzutage gefragter denn je. Dennoch suchen Personaler immer häufiger kreative Köpfe. Und genau diese werden in der Schule leider nicht mehr gefördert. Man könnte sogar sagen, Kreativität und Schule beißt sich irgendwie. Hier sagt der britische Professor und Autor Ken Robinson, wir lernen nicht kreativ zu werden, sondern eher wir verlernen es im Laufe unseres Lebens. Hauptsächlich sei daran die Schule schuld, da Fehler von ihr stigmatisiert werden. Also wenn Kinder etwas nicht wissen, probieren sie es aus. Sie haben keine Angst, etwas falsch zu machen. Erst in der Schule würde diese Angst entstehen. Auch wenn etwas falsch machen nicht gleich bedeutet, dass man kreativ ist, so sollte man doch in der Lage sein, etwas Originelles zu schaffen und bereit sein, Fehler zu machen. Und hier müssen sich einfach mal meiner Meinung nach die Schulen darüber bewusst werden, dass Kreativität genauso wichtig ist wie Mathe. Und besonders in den Hauptfächern werden keine alternativen Lösungsansätze zugelassen, sondern immer nur der gelehrte Weg. Und hier muss man sich einfach dessen bewusst werden, dass Neues oder Kreatives oder Innovatives erst entstehen kann, wenn man diese Pfade verlässt. Wenn du also oft Angst davor hast, etwas Neues oder Kreatives zu probieren, so kann es sein, dass dir das durch die Schule oder deine Erziehung einfach eingebläut wurde. Also werde dir jetzt dessen dir einfach mal bewusst, nimm diese Scheuklappen jetzt einfach mal kurz ab und mach deinen Geist einfach mal frei für die Kreativität. Wenn du dir einmal bewusst geworden bist, woher deine Kreativitätsblockade kommt, bist du umso eher dazu fähig, diese auch aufzuheben. Und noch so ein Punkt ist, dass wir nicht nur auswendig lernen sollten, sondern versuchen sollten, Sachen zu erfahren. Und wahrscheinlich hast du auch dich damals gefragt, wieso du unbedingt für den Kunstunterricht, den Geburts- oder Todestag von Pablo Picasso kennen musstest. Viel wichtiger wäre es doch, die Kunst von Pablo zu erfahren und mal seinen Stil auszuprobieren und seine Kreativität damit zu stärken und vielleicht auch mal zu erspüren. Also meiner Meinung nach ist es weniger wichtig, wann die Künstler geboren wurden, sondern eher, wie sie es geschafft haben, diese tollen Kunstwerke zu erschaffen, was sie bewegt hat oder was war ihr eigentlich ihr Antrieb. Also hier die Kernaussage des Ganzen, jeder braucht Kreativität von uns. Und eigentlich bedeutet Kreativität, sich auf die Welt einzulassen, sich der Herausforderungen und den Veränderungen des Lebens zu stellen. Kreativität bedeutet auch, Freude daran zu haben, sich mit der Natur, der Umwelt, den Tieren und Menschen auseinanderzusetzen. Sie so aufzunehmen, wie sie sind und das Gefühl, das bei diesem Prozess entsteht, in einem vielleicht Kunstwerk zu erfassen. Würden wir also keine Weiterentwicklung zulassen und nichts verbessern wollen, würde die Welt einfach stehen bleiben. Denn Stillstand kommt immer dann zustande, wenn Menschen aufhören, ihr Ideenreichtum wertzuschätzen. Doch zum Glück gibt es viele kreative Menschen wie dich, die einfach ihrem Weg folgen. Viele Menschen behalten ihre Kreativität trotz vieler Widerstände bei und schaffen so tolle Erfindungen oder schaffen kreative Dinge. Diese lassen wiederum andere Menschen staunen. Sie inspirieren uns alle, zu noch mehr Kreativität und dazu auch selber aktiv zu werden. Wichtig für dich ist also, neue Ideen zuzulassen. Wenn wir nicht bald anfangen, nämlich neue Wege zu gehen und kreative Lösungen zu fördern, wird unsere Neugier und Fantasie regelrecht erstickt. Über diesen Wert der Kreativität und der Erfindungsgabe gibt es unzählige Studien, aber darauf will ich im Einzelnen gar nicht eingehen. Denn genau genommen wissen wir das alle. Und gerade diejenigen, die ihre Kinder auch mit offenen Augen wahrnehmen. Denn Kinder sind der Begriff von Kreativität. Wir brauchen also mehr kreative Köpfe. Wir müssen das Verständnis dafür schaffen, dass besonders die Dinge interessant sind, die den Pfad des Normalen verlassen. Und jeder von uns muss lernen, selbst kreativer zu werden. Aus Ideen können erst Taten entstehen, wenn wir es zulassen. Und genau jetzt möchte ich auch darauf eingehen, wie du das Zeichnen oder das Malen als einen Weckruf für deine Kreativität verwenden kannst. Es gibt nämlich viele Formen der Kreativität. Nietzsche war beispielsweise davon überzeugt, dass man das ganze Leben als Kunstwerk ansehen soll. Das Zeichnen oder die Malerei gehören zu den schönsten Methoden, sich einfach hier kreativ auszudrücken. Und hier kommt nochmal meine Überzeugung. Ich finde, Zeichnen oder Malen ist einfach. Und ich meine hier damit nicht das perfekte Zeichnen, sondern verinnerliche, dass Zeichnen und Malen viele Facetten besitzt. Es existieren sehr, sehr viele Zeichenstile und alle sind sehr unterschiedlich. Natürlich sind die einen einfacher und die anderen halt eben etwas komplexer. Fangen wir also vielleicht erstmal mit den einfachen Zeichenstilen an und Techniken. Und dann kannst du dich dann weiter steigern und vielleicht etwas komplexere ausprobieren. Probiere es also einfach mal aus. Fange an zu zeichnen und überzeuge dich selber davon. Und neben dem kreativen Prozess, der dabei entsteht, bringt dir das Zeichnen auch normalen zusätzlichen Effekt. Und zwar, du entspannst dich dabei. Wenn du hier einfach anfängst zu zeichnen, irgendwas, völlig egal was, wirst du langsam merken, dass du in eine entspanntere Atmosphäre rückst. Diese bekommst du einfach automatisch beim Zeichnen. Durch die Konzentration auf das Zeichnen wirst du aus deinem Alltag nämlich gerissen und vergisst viele deiner Sorgen. Durch das Schaffen von kreativen Bildern verbessert sich auch gleichzeitig direkt deine Laune. Du kannst also jetzt direkt starten. Nimm dir einfach ein Blatt Papier, nimm dir einen Stift und schon kann es losgehen. Hol dir einfach jetzt mit dem Zeichnen deiner Kreativität zurück. Mit deinen Zeichnungen erschaffst du gleichzeitig auch etwas Bleibendes. Und dafür benötigst du noch nicht einmal viel Schnickschnack. So passen zum Beispiel ein Bleistift und ein Skizzenbuch in jede Tasche. Also kannst du das einfach mitnehmen und zum Beispiel einen Ausflug zu einem der schönsten Motiveunternehmen in deiner Nähe. Und hier kannst du dann auch direkt kreativ werden, etwas zeichnen und direkt auch dich dabei entspannen. Und wenn wir hier so ein bisschen tiefgreifender werden wollen, kannst du dir auch einfach denken, alles was du siehst, beinhaltet eine nicht sichtbare Wirklichkeit in sich. Deine Aufgabe ist es, deine Kreativität anzuregen und diese Bedeutung zu entziffern und zu Papier zu bringen. Deshalb bedarf es der Bereitschaft, sich immer wieder mit dem ausgesuchten Motiv neu auseinanderzusetzen. Und denke immer daran, jeder hat seine eigene Art zu malen. In der Welt der Kunst gibt es kein Falsch, es gibt kein Richtig. Es bietet dir die Möglichkeit, die Welt so zu malen oder so zu zeichnen, wie du sie wahrnimmst. Also sei einfach kreativ und entwickle deinen eigenen Stil. Wandle das Gesehene, was du jetzt vor dir hast, in einer Zeichnung auf deine Weise um und vielleicht interpretiere es einfach neu. Sei kreativ. Alles, was du zeichnest, spiegelt deine individuelle Sichtweise wieder. Schritt für Schritt entwickelt sich aus einer groben Skizze vielleicht ein Thema oder ein komplettes Bild oder eine Bildreihe. Auch deine ganz eigenen Abstraktionen sorgen für mehr Persönlichkeit in deiner Zeichnung. Gerade in diesem Prozess entsteht so manches völlig ungeplant. Und genau damit erwächst du dann deine Kreativität zum neuen Leben. Zeichnen hat einfach sehr, sehr viele Gesichter. Und die Möglichkeiten, sich damit kreativ auszudrücken, sind nahezu unendlich groß. Auch die Formen des Zeichners unterscheiden sich völlig voneinander. So kannst du zum Beispiel malerisch dem eigenen Ideenreichtum etwas Ausdruck verleihen. Mit Comics oder Karikaturen deine eigenen lustigen Geschichten erzählen oder dich einfach entspannen, indem du Muster zeichnest, wie zum Beispiel Sendoodles. Genauso kannst du aber auch einfach Momente, anstatt vielleicht mit der Kamera, mithilfe von Kohle oder mit Bleistiften festhalten. Es ist also egal, ob du hier Zeichnis malst oder dich irgendwie kreativ betätigst. Deine Möglichkeiten sind hier sehr, sehr vielfältig. Und hier kannst du mithilfe von Zeichnen und der Kreativität die perfekte Kopie deiner individuellen Wahrnehmung schaffen. Das heißt, du hast stets Emotionen und Ideen in dir, die du zu Papier bringen kannst. Deine aktuelle Situation oder deine Gefühle bilden dabei das Thema. Interpretiere es einfach in deinem Bild und halte deine Gefühle so fest. Im Zeichenprozess selbst erzählt das Bild dann deine Geschichte. Du beschreibst praktisch dein eigenes Universum. Und hier kannst du Zeichnen zum Beispiel als Medium dafür nutzen, um dich vielleicht mit persönlichen Themen oder gesellschaftlichen Problemen oder Themen auseinanderzusetzen. Je mehr Eigenkreation du einbringst, umso mehr weicht das Ergebnis dann aber auch von der Realität ab. Doch das ist gut, denn damit erschaffst du ja genau das, was wir wollen. Etwas komplett Neues und damit auch etwas Kreatives. Fang also am besten gleich mit dem Kreativwerden an. Ich verspreche es dir, es lohnt sich diesen Weg zu gehen. Nimm also einfach diese Chance jetzt wahr und entwickle dich weiter. Wenn du täglich zum Beispiel einige Zeichnenübungen absolvierst und dabei etwas Kreatives schaffst oder einfließen lässt in deine Zeichnung, dann legst du schon eine gute Grundlage für deine nachhaltige Kreativitätspraxis. Diese wird dich dann jahrelang begleiten. Das Beste dabei ist, du wirst gleichzeitig ausgeglichener und entspannter. Und natürlich wird dir nicht jedes Bild gleich sofort gelingen, aber ganz sicher wirst du mit jeder Zeichnung besser. Manchmal dauert es eben ein wenig, bis man seinen Stil oder seine Kreativität wiedergefunden hat. Also fang am besten jetzt an. Hol dir einfach ein Blatt Papier, einen Stift und fang an zu zeichnen. Und wenn du gerade ein bisschen Kreativitätsblockade hast und nicht weißt, womit du loslegen kannst, dann schau dich einfach hier bei mir auf dem Channel um. Da findest du genug Übungen, mit denen du loslegen kannst oder besuche auch einfach draw.com. Da findest du im Blog oder beziehungsweise auf der ganzen Website genug zum Thema Zeichnen, um direkt durchzustarten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei deinen kreativen Werken und freue mich darauf, dich auf deinem kreativen Weg zu begleiten.